Einen wunderschönen guten Morgen! AI auf der Suche nach Anwendungsfällen. Unter dem gigantischen Überbegriff, da wird natürlich ganz viel Quatsch versprochen. Es zeigen sich aber auch einige, zumindest vielversprechende Ideen. Und es kristallisieren sich sogar wenige, aber tatsächlich praxistaugliche Features heraus. Audio-Note-Tacking, das gehört für mich dazu. Und es kam gefühlt über Nacht. Es ist etwas, auf das ich wirklich nicht mehr verzichten möchte. Vielen Dank!